hallo und willkommen auf meinem kanal sieben tage gaming ich bin der stefan und wir sind heute wieder im spiel grey zone ich habe die map aufgemacht denn ich habe ein quest hier auf dem airfield auf diesen paar langen airfield und da muss ich tankwagen markieren einen habe ich schon markiert und diesen wegpunkt hier oder diesen flugpunkt habe ich mir auch schon geholt da werde ich jetzt hinfliegen und wenn ich angekommen bin schalte ich euch wieder dazu und dann machen wir uns auf den weg aus airfield und dann schauen wir mal ob wir überleben also bis gleich wir sind angekommen muss jetzt bloß mal auf dem weg schauen wird sorgen das ist noch ein weiter weg die trotzdem mal hier entlang ich würde da noch mal rein dann zeige ich euch den ersten tanker und der task ist hier a single drop es ist der task der quest und eben einen habe ich schon und dann bin ich leider gestorben und die anderen zwei die stehen im airfield selber drin aber da laufen wir jetzt mal hin und ich hoffe dass die server ein bisschen besser laufen hier sind sie nämlich gestern gestanden kann natürlich auch sein dass sie schon weg gemacht wurden und da hinten am haus wurde die tür ist auch offen geht ein aber ich glaube durch den zaun können wir nicht schießen das ist ein bisschen langsamer machen hier ist er ich glaube nicht dass es nur einer war das hier ist der erste tanklos zug ist wirklich nur einer ja was und schon sind wir tot wusste das sind noch mehr okay dann muss ich meine leiche wiederholen ab ins camp und wir sehen uns gleich wieder so ich bin jetzt hier wieder angekommen hoffe dass ich an meine leiche herankommen also mal schauen vielleicht haben sich die burschen ja ein bisschen verteilt da schauen jetzt ist die türe zu gerade war sie noch offen irgendwo da vorne müsste ich ja dann liegen auch Shit, help me! Oh. Bitch! Oh. 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 Das sind muss rein jetzt in die Tür. Ich muss sie weit um laufen. ich habe mit absicht keine waffe mitgenommen weil ich möchte es gerne so schaffen also im haus sind wir schon mal jetzt kommt drauf an nicht nur wüsste genau wo ich liegt ich mal hin geht er da wird es einfach mal liegen schauen ob er mich sieht er geht weiter weg jetzt kommt auch noch ein heli kann ja eigentlich gar nicht so weit weg liegen ich probiere es jetzt einfach mal jetzt hat er mich gesehen wo ist er jetzt ihn er nicht da ist er aber ich habe ihn schnell nimmt ein zeug ab geht die post dann erst mal heilen soll jetzt erst mal hinlegen und verorten und verlust wie sind immer noch ich glaube jetzt haben sie aufgehört was haben wir denn wir brauchen ein bisschen blut das ist weg erst mal was und dann trinkt man was oder holen wir uns jetzt die burschen komm steh auf der ist doch gekommen jetzt aber die schweinebocken verfolgen mich aber ganz schön weit die schweinebocken weg hier weg hier aber jetzt heilen tanker ich wollte euch den tanker zeigen und zwar muss man hier vorne hingehen und dann die f taste drücken hier einmal und jetzt ist natürlich gibt es da vielleicht ein schlüssel von denen und jetzt ist das problem da reinzukommen steht nämlich auch einer und den so erwischen müssen aufpassen dass hier keiner mehr erscheint hier kann ich jetzt hier die tür öffnen die tür ist hier nicht hier die schießen die sind sehr gut der einen habe ich nur hier aufpassen dass da ja solange die leiche hier noch liegt glaube ich und hier nix nach und es hört sich ziemlich norm dass da einer von da kommt er jetzt müssen wir in deckel gehen ich glaube der kommt gleich rein jetzt sitzen wir mehr oder weniger in der falle hier 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 raus es ist eine todesfalle hier hier Komm ne schneller Alles wieder gut Okay, einer in Hummer Wir müssen da hinten raus Hier fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicherer Wir müssen die auf alle Fälle auch ein bisschen umlaufen Was sieht sie da drüben aus? Oh, hier habe ich überhaupt keine Deckung Laufen wir da rüber Oh, hier bin ich Unten geht einer Okay, der ist weg Hey, hey, yo! Ich glaube, das überlebe ich nicht Da stehen ja ein Haufen in der Halle drin Wolf Meilen Was habe ich denn da entdeckt? Oh, eine Landebahn Ein Landeplatz Das ist schon mal gut Oh, das sieht nicht gut aus Wir verlieren stark Blut Verband Ich würde sagen, ich verbinde mich jetzt noch Und dann breche ich hier ab Und dann müssen wir da auf alle Fälle einen zweiten Anlauf machen So, das haben wir, das haben wir Jetzt nehmen wir mal das Kit hier Dann können wir bloß hoffen Dass die jetzt nicht nachgekommen sind Oder hauen wir uns dann noch so eine Schmerztablette rein So, und dann brauchen wir Blut Blut, Blut, Blut Das tut gut Jetzt fallen wir ins Koba Pump, Pump auf Voll Noch eins Blut, tut gut nur noch ein bisschen ich hole mir hier auf alle falle jetzt hier ein flugzeug wir sehen uns nächsten video wieder und dann mache ich vielleicht den zweiten anlauf danke fürs zuschauen servus